Was ist denn passiert? Ach, nur eine Wasserflasche kaputt gegangen. Wir müssen dann auch langsam los. Die Bade kitzchen ist geworden. Ja, dann... Danke für alles und viel Spaß. Ja, dir auch. Ja, danke. Komm doch noch kurz mit in die Bar. Nach neun Jahren. Mensch, mir macht mein Job auch nicht jeden Tag Spaß. Stefan, ich bin schwanger. Du bist Papa. Was hast du... Was hast du einfach so, ohne mich da vorher mal zu fragen? Ich hab selbst erst heute erfahren. Ohne mich da auch nur am geringsten einzuplanen. Es war ein Unfall. Ja, dann gehst du einfach mal dahin und schmeißt deinen Job. Sag mal, spinnst du? Ich war es nicht, die gesagt hat, dass mich die Pille zu dick macht. Das ist doch jetzt überhaupt nicht das Thema. Gibt's da irgendwelche Möglichkeiten noch, dass man... Ich will dieses Kind. Schluss aus. Ich bin Ärmel zurück. Ich bin Vorsitz. Untertitelung des ZDF, 2020